Und damit hallo und herzlich willkommen zum Metro Last Light. Wir sind immer noch in den Katakomben, beziehungsweise nein, wir sind jetzt in den geheimen Tullnünn wieder unterwegs. Auf dem Weg zur Polis. Alles ziemlich verrostet hier. Ich hoffe, hier liegen jetzt nicht irgendwelche Fallen von welchen Banditen, die sich hier eingenistet haben. Schön abgerollt. Und für nichts. Alter, wie halten die dann wieder aus? Oh Gott, ich habe vergessen nachzuladen. Du lad doch nicht mal nach. Meine. Mein Gut, ist er die meisten ja erledigt. Kann man ein bisschen Muni widersparen. Okay, wir können weiter. Das war alles gut. Nichts passiert. Uns geht's gut, hoffe ich. Noch mehr. Jetzt reicht's aber. Nur ein paar Monster. Sonst nichts. Lass uns gehen. Oh, nur ein paar Monster. Okay, wir gehen also eher tiefer als hoch. Das ist schon mal gut. Oder wir gehen da durch. Ich weiß es ja nicht. Okay, wir gehen also da durch. Also nicht verlaufen. Verbrenn mal die Spinnwebeben. In Ordnung. Da ist etwas hinter den Spinnweben. So, dann soll ich noch mehr verbrennen. So, dann soll ich noch mehr verbrennen. Ich mein, hier ist eine Tür. Ich mein, hier ist eine Tür. Hm, hier hat einer immer ein bisschen was an Feuer für mich wieder einmal. So. Stört ihm jetzt wirklich das bisschen, was da noch ist? Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Das Gitter ist verrostet und schlecht befestigt. Hilf mir hier mal, Artyom. Machen wir natürlich. Eins, zwei. Brenn Sie weiter ab, Artyom. Ist doch schon. Hier, guck. Ist schon. Ist schon. Sieh nur, Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Wir müssen ziemlich nah bereit sein. Na ja, so lecker sieht das Wasser jetzt hier nicht aus unbedingt. Und bis jetzt habe ich eher schlechte Erfahrungen mit Wasser gemacht. Hm. Da war wohl die Lampe hin. Ich versuch's. Das ist das erste Mal, dass ich das Feuerzeug in der Hand halte als Lichtquelle. Du kannst drangehen. Aber ich glaube, es ist für dich. Hä? Für mich. Das ist der Schicksalsfluss. Vielleicht nicht so beeindruckend wie an der Oberfläche. Okay. Wir müssen ins Wasser. Okay, wir sind im Wasser. Und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern würdest. Denk an den Schwarzen. Weiter. Geh weiter. Denk an den Schwarzen. Der Fluss wird dich zu ihm bringen. Okay. Wie cool. Glaub ich. Ja, was würden wir an den Ganzen erinnern? Eigentlich doch eher die Vergangenheit, oder? Die vergangen... Komplette Vergangenheit der Metro. Das ist der Schicksal. Das ist der Schicksal. Das ist der Moment, an dem du die Rakete gestartet hast. Der Fluss wird dich reinigen. Dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Du kannst es. Wähle dein Schicksal. Und sei frei. Okay. Okay. Das war ihr Zuhause. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Und sie kamen eigentlich in Frieden. Sieh mal. Da ist er. Der Schwarze. Ihm nach. Okay. Und so kriegen wir ihn jetzt früher, oder? Verändern wir jetzt einfach alles? Ja, dann beeil dich doch mal. Eine Fresse kann er plötzlich schnell rennen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Okay, ich misst. Jetzt habe ich, glaube ich, missgebot. Eine Saftkasse. War es hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow. Auf dem Zug. Okay. Guck mal. In Nacht. Lauf. Vor dir. Fast gehabt. Schneller. Vor dir. Okay. Einfach mal danach hinterher springen ins Feuer. Ist das die Lösung aller Lösung? Er versucht auf jeden Fall auch höher zu kommen. Oder sich zumindest weiter festzuhalten daran. Kriegen wir ihn? Oh nein, wir sind wieder im Wasser. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Verdammt! Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt. Ach, sie geht wieder. Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Als wir aus dem Fluss kam, war der Schwarze ziemlich lang. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Na dann. Auf geht's weiter ihm nach, würde ich sagen. Fasten Bereitsen. Fasten Bereitsen. Bitte kommen. Rechte Alarmstufe. Ich wiederhole. Rechte Alarmstufe. Sichtung von Rotem Saboteur. So spät. Es kann sein, dass sie angegriffen werden. Der Evakuierungszug ist vermutlich auf hier. Rechte Alarmstufe. Aber der Zug muss in der Nähe sein. Naja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen hin, ja? Okay, ein richtiges Snipergewehr. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei der Waffe. Denk an alles, was ich dir über den Schwarzen gesagt habe. Okay, wir brauchen das Wunder. Und dann rettet er vielleicht uns alle. Na dann los. Haupt zur Rettungsmission. Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Khans Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Und diesen letzten Engel werden wir in der nächsten Aufnahme weitersuchen. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss. Euer Kailan. Ciao.